Vielen Dank, Herr Riedmüller. Lieber Markus, sehr geehrte Gäste, lieber Paul de Sennetti, ich freue mich sehr, dass auch der Verantwortliche für den Gastlandauftritt Frankreichs, der französischen Sprache hier bei uns ist und die nächsten fünf Tage werden wir noch sehr viel von dir, von deinen über 150 Autoren hören. Ich möchte heute zwei Plädoyers halten. Zu einem plädiere ich für eine sachlichere Diskussion, wir haben das auch gerade von Herrn Riedmüller gehört, für mehr Detailtiefe, für eine neue Dialektik in der Bewertung der Dinge. Mit meinem zweiten Plädoyer fordere ich, scheinbar im Widerspruch dazu, mehr Leidenschaft und mehr Engagement. Und ich behaupte, dass für beides die Frankfurter Buchmesse genau der richtige Platz ist. Lassen Sie mich dies begründen. Und zwar mit einem Zitat von Marie Curie, die sagte, man muss die Dinge nicht fürchten, man muss sie nur verstehen. Markus Dohle wird uns gleich einen aufschlussreichen Bericht zum internationalen Buchmarkt liefern. Meinerseits möchte ich Ihnen ein paar Erkenntnisse der letzten zwölf Monate mitteilen und zeigen, dass nur ein genaues Hinsehen die richtigen Schlüsse erlaubt. Ist das Buch am Ende, titelte die FAZ letztens. Mitnichten. Das traditionelle Buchgeschäft ist erstaunlich stabil geblieben, obwohl noch vor zehn Jahren Apologeten seinen vollständigen Untergang vorhersagten. Rund 200 Jahre lang blieben die Rahmenbedingungen im Papierbuchmarkt nahezu unverändert. Jetzt baut sich der Markt an allen Ecken und Enden selbst um. Die Digitalisierung hat bewirkt, dass die Zahl der möglichen Outlets für Inhalte enorm gewachsen ist. Bücher werden auf Papier oder in der elektronischen Version gelesen, als Hörbuch gehört oder als literarische Verfilmung gesehen. Nacheinander, gleichzeitig, alles auf einmal. Inzwischen sind auch Streamingdienste wie Spotify und Deezer in den Hörbuchmarkt eingestiegen. Musikhörer, die mit Literatur nicht viel am Hut hatten, werden motiviert, auch einmal einen Text über die Ohren zu konsumieren. Der Hörbuchmarkt hat in den letzten 18 Monaten einen erstaunlichen Höhenflug hingelegt. Daneben sehen wir das muntere, treibende Self-Publisher. Sie experimentieren so lange mit Titel und Text, Design, Preis und Vermarktung ihrer meist digitalen Literatur, bis der Titel maximal nachgefragt wird. Dazu kommen neue Bezahlmodelle, Streaming, Abos, E-Buch-Ausleihe. Die gleichen Phänomene sehen wir im Bildungssektor, im internationalen Science, Wissenschaftspublishing und so fort. Erst ändern sich Formate und Marktkoordinaten nur graduell, nehmen dann aber einen völlig anderen Weg und am Ende haben wir es tatsächlich mit einer komplett neuen Systemlogik zu tun. Letztes Jahr haben wir Ihnen Arts Plus, Arts Plus vorgestellt, unsere Plattform für Kreative, die sich bei uns über ihre Ideen, den Einzug der Technologien, die Kunst und neues Geschäft verständigen. Wenn Museen wie das Munk Museum in Oslo ihren Bestand digitalisieren, können Sie auf einmal vom Sofa aus das Museum besuchen. Das erschließt neue Einnahmequellen, ändert aber auch die Art, wie Kunst konsumiert, produziert und rezipiert wird. Überall verdienen neue Marktteilnehmer Geld mit Inhalten. Die Europäische Union hat das Potenzial erkannt und die Förderung von Ideen zu einem ihrer Schwerpunkte ausgebaut. Investoren suchen händeringend nach Kreativprojekten. Morgen organisieren die Arts Plus Kollegen zusammen mit der EU einen Innovation Summit, der die Menschen, die sich an der Schnittstelle zwischen Kreativbranche und Technologie bewegen, mit potenziellen Investoren zusammenbringen wird. Wenn der traditionelle Buchmarkt wie ein alter gewachsener Wald ist, dann hat sich zwischen den mächtigen Baumstämmen jede Menge frisches Grünzeug angesiedelt. Dieses Grünzeug wächst ungeordnet, es ist nicht klar, um welche Arten es sich handelt, ob es überhaupt Bäume sind. Wir gehen tief ins Detail und stellen fest, dass wir keine eindeutigen Ergebnisse erhalten. Intellect Property, Sie haben das von mir schon oft gehört, die Idee im Kopf eines Menschen ist zur heißen Ware geworden. Nehmen Sie unser literarisches Agentenzentrum, das seit über zehn Jahren ununterbrochen wächst, wo sich die Art der gehandelten Rechte ständig erweitert. Neben dem klassischen Copyright entstehen neue Modelle, mit denen Kulturschaffende ihre Ideen sich vergüten lassen. Es ist noch zu früh, um von einer Industrialisierung von Kreativität zu sprechen. Vieles deutet aber darauf hin. Wenn der Besitz von geistigem Gut neue Verhandlungspositionen ermöglicht, werden auch diesen Produzenten, nämlich die Autorinnen, Künstlerinnen, Entwicklerinnen zum neuen Zentrum in der Wertschöpfungskette. Autoren rücken enger an ihre Leserinnen heran. Paula Hawkins, Arndtati Roy, Karl-Uwe Knausgaard, Michelle Wellbeck, Daniel Kielmann werden wie Popstars gefeiert. Nahezu wöchentlich entstehen neue Lese-Events, der Bedarf scheint noch lange nicht gedeckt. Rund um die Frankfurter Buchmesse hat sich ein Ökosystem an Veranstaltungsformaten entwickelt. Man schafft es nicht, in einer Woche all die Poetry Slams, Lyrik-Zusammenkünfte, Lesekonzerte, Literatur-Dinés abzuarbeiten. Auch hier arbeiten die alten Hasen mit bewährten Lesungen neben jungen Gemüse auf ihren Experimentierfeldern. Überall ist das Grünholz. Wir haben überlegt, wie Literatur zeitgemäß transportiert werden kann. Daraus ist Bookfest entstanden, ein Format, bei dem Literatur und Begegnungen auch im gastronomischen Rahmen stattfinden. Wir sind dran an einem Buchmesseprogramm, das wir ab 2018 auf die Beine stellen werden. Es gibt ein weiteres Feld, das in den letzten Jahren für die Verlage, für die Autoren, für die Buchhändler enorm wichtig geworden ist, auf dem wir uns auch einfachen Erklärungen entgegenstemmen müssen, nämlich bei der Ausbreitung von postfaktischer Praxis und Fake News. Wenn es egal ist, ob Informationen auf Evidenz basieren oder nicht, erodiert die Demokratie. Die Wissenschaften und die zugehörigen Publisher haben die Herkulesaufgabe, alle verfügbaren Fakten darzulegen und auch dafür zu sorgen, dass sie wahrgenommen werden. Hier können sie ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Doch machen wir uns nichts vor. Mit dem sorgfältigen Herausarbeiten von Details erreichen wir höchstens die Unentschiedenen. Fake News, so hat der Kulturwissenschaftler Michael Seemann analysiert, sind vor allem ein nachgefragtes Informationsprodukt, das Gruppierungen zur Sicherung ihrer Identität benötigen. Überall in Deutschland, in Frankreich, in Ungarn, in Russland, Polen und vermutlich am extremsten in den USA gibt es diese motivierten Öffentlichkeiten. Die Falschmeldungen benötigen, um ihre Sichtweise zu bestätigen. Informationen dienen hier nicht als Wissensressource, sondern zur Untermauerung des eigenen engen Weltbilds. Und da spielt es keine Rolle, ob sie wahr oder falsch sind. Mauerbau, ob physisch oder mental, ist wieder sehr en vogue. Seemann beobachtet ein neues Stammesdenken, das in einer Zeit entsteht, in der sich viele traditionelle Strukturen auflösen und gleichzeitig das Internet eine nahezu unendliche Anzahl neuer Bezugsgruppen anbietet. Und das bringt mich natürlich zu meinem zweiten Plädoyer. Wahrscheinlich haben wir diejenigen Menschen, die Fake News und Hassbotschaften benötigen, um ihr Weltbild ständig aufs Neue zu unterfüttern, verloren. An Narrative, die sich immer um die Abwertung anderer Menschen drehen. In den vergangenen Wochen sind wir bei der Frankfurter Buchmesse mehrfach aufgefordert worden, unliebsame Aussteller mit diesen Narrativen im Programm von der Messe zu verbannen und ihre Veranstaltungen zu verbieten. Aber wir können und wir wollen als Frankfurter Buchmesse keine Bewertung dieser Inhalte und keine Grenzziehungen vornehmen. Denn wie sollte man exakte Kriterien festlegen? Verbote, Zensur, das ist für uns keine Option, weil wir schon immer für Meinungs- und Publikationsfreiheit eingetreten sind. Eine Idee verschwindet nicht, indem man die Autoren beseitigt, haben wir vor zwei Jahren konstatiert, als Salman Rushdie mit uns in diesem Raum war. Daran hat sich nichts geändert. Wenn sich die giftigen Narrative von der Abschaffung der Gesellschaft, von kultureller Reinheit und von der Minderwertigkeit anderer Menschen festgesetzt haben, dann sind doch wir, wir Büchermenschen, Verlegerinnen, Buchhändler, Leserinnen, Geistesmenschen mit liberal-demokratischer Haltung, diejenigen, die diese Ideen zu thematisieren und mit Gegenentwürfen zu beantworten haben. Wir müssen die besseren Geschichten, die besseren Narrative zur Verfügung stellen, in denen nicht über kulturelle Reinheit fantasiert wird, sondern ein Zusammenleben aller Menschen auf diesem Planeten vorstellbar wird, die auf eine offene Zukunft verweisen, die ehrlich sind, und die Ängste der Menschen ernst nehmen. Der Soziologe Heinz Budde spricht von anthropologischer Weite, die es braucht, um eine öffentliche Kultur ohne Niedergangsängste, Statuspanik und Abschottungsimpulsen herzustellen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Verweis auf Litprom, die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die seit 30 Jahren unermüdlich daran arbeitet, diese anthropologische Weite bei uns herzustellen. Die Buchmesse hat Litprom von Anfang an unterstützt, indem sie mit ihrer Weltempfängerbestenliste außereuropäische Literatur vorstellt, lernen wir etwas über andere Kulturen und Gesellschaften, ihre Gedankenwelten und den Alltag der Menschen. Hier leben Leidenschaft und Engagement für eine mögliche neue Weltgesellschaft oder einfach auch nur für eine bessere Nachbarschaft. Die Frankfurter Buchmesse ist als öffentlicher Raum hervorragend geeignet, diese Diskussion und meinetwegen auch erbittete Auseinandersetzungen zu beherbergen. Wir möchten dieses Jahr wieder den Beweis dafür antreten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Applaus 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 Vielen Dank.